Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Okay, bevor wir in die Fakten gehen, eine Ankündigung oder bitte vorweg. Ich bitte um Nachsicht, ihr hört es vielleicht irgendwie, es ist mir im Laufe des Tages, also heute Morgen war ich topfit, dann war ich kurz beim Sport und dann wurde es immer irgendwie ätzender. Ich glaube, ich habe mir irgendwas aufgesagt, vielleicht nehmt ihr es auch wahr. Also ich bitte, diese akustischen Störsignale zu entschuldigen und falls meine Stimme irgendwie Probleme bekommt, wisst ihr Bescheid. Bin ein bisschen angeditscht, hoffentlich ist es die Tage dann wieder weg. Hier also schon mal im Vorfeld ein großes Entschuldigung. Wir haben eine Show, wo man noch gar nicht so genau weiß, wo es hingeht oder bei der man noch gar nicht so genau weiß, wo es hingeht, denn es ist wieder viel passiert. Und Chris und ich haben uns überlegt, wie machen wir es am besten und wir haben uns das, pardon, da geht es schon los mit der Stimme, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir die unseres Erachtens wichtigste Geschichte der letzten Tage, sprich Smackdown und Raw als Gesamtbetrachtung gesehen und was da als wichtigstes Segment für uns rausstach, das vorab zu besprechen. Ich lasse die Katze mal gleich aus dem Sack, ist auch, glaube ich, kein großes Geheimnis. Es geht mal wieder um Cody, es geht um die Bloodline und es geht jetzt darum, dass man ganz offensichtlich Cody in die Bloodline-Storyline involviert. Und wir werden den Weg dahin kurz beleuchten und wir werden dieses Ereignis versuchen, ein bisschen zu bewerten. Das kann man wie so oft ja eher im positiven oder im negativen Licht sehen, wenn es einem nicht eh völlig egal ist. Wir haben dazu natürlich eine Meinung und wollen das dann in den Fokus rücken. Wie ihr das von uns kennt, mache ich das nicht alleine, sondern ich habe wieder das Herzsal aus Wien dabei. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend. Ich bin auch sehr gespannt schon auf diese heutige Ausgabe. Eine interessante Raw-Episode, die uns sehr viel Gesprächsstoff bieten wird. Und ich werde auch nicht sehr viel herumgeplänkel machen, aber ich kann eines sagen, in Wien ist wirklich wunderschönes Wetter heute gewesen. 16 Grad, sonnig. Ja, fantastisch, wirklich. Deswegen, die Laune ist entsprechend gut und mal sehen, ob sich das auch erhalten wird langfristig, nachdem wir jetzt schon... Ja, eine Card deutlich ist für Mania, die vielleicht nicht so sonnig ist wie der heutige Tag. Das gilt es zu erörtern und ich habe ja schon gesagt, ich trage den Chris in meinem Herzen. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich muss auch bierverköstigungstechnisch mich, sage ich mal, regional mehr in seine Richtung begeben. Ich gehe jetzt ganz in den Süden von Deutschland, was ja schon dann doch in der Nähe von Chris ist. Ich habe mir jetzt in den nächsten Wochen die hellen Biersorten rausgesucht und habe, vielleicht kennst du es auch, ich weiß nicht, Chris, aber ich glaube, es ist doch ein deutsches Bier, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist Mekatza Hell. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ich mache es mal auf. Oh, das kenne ich nicht dann. Nee, das ist auch selbst bezahlt. Ja doch, die hellen Biere, die können schon was, das muss ich schon sagen. Also ich habe ja auch gelernt, hell ist nicht gleich weiß, ja, weiß ist ja Hefeweizen und hell ist das nicht. Und ich mag die hellen tatsächlich noch lieber als Hefeweizen. Ich werde es noch ein bisschen sacken lassen und werde dann nachher am Ende meine Bewertung dazu abgeben. Also falls ihr das Bier mögt, herzliche Grüße an alle Fans dieser Sorte. Und wenn nicht, ist ja auch nicht so wichtig. So, dann, wir wurden schon darauf angesprochen, letzte Woche und die Woche davor gab es kein Quiz. Das müssen wir sofort ändern. Quizmania, Quizmania, Quizmania. Ich muss es immer dreimal sagen. Chris, bist du bereit für die Quizfrage für diese Woche? Du könntest es vielleicht wissen. Bereit geboren. Denn John Cena war ja bei Raw wieder mal zugegen und hat sich ja ins Gespräch gebracht. Wir werden darüber nachher sprechen. Und zwar gab es ja ein, ja, Wort, Techtel, Mechtel mit dem amtierenden United States Champion. Und hier kommt die Frage, John Cena war ja selbst United States Champion. Sogar mehrfach, das ist nicht die Frage. Fünfmal war er es. Aber gegen wen hat er das letzte Mal gewonnen, als er den United States-Gürtel gewann? Ah, bei seiner letzten Regentschaft? Genau. Ui. Eine fantastische Frage. Also ich glaube, zu wissen, an wen er es verloren hat damals. Das weiß ich auch. Das war Del Rio, nicht wahr? Ja, richtig. Beim B-Pay-Per-View als Opener in sieben Minuten. Ja, unglaublich. Aber von wem hat er das Ding gewonnen? Da hat er ja dann die United States Open Challenge eingeführt. Von wem hat er das Ding geholt? Das ist eine super Frage. Erstmal ist ja auch interessant, wann hat John Cena den Gürtel verloren? Es müsste Ende 15 oder Anfang 16 gewesen sein. Irgendwie sowas. Gegen Albert vom Fluss, genau. 16 wurde er ja nochmal WWE Champion, oder? Gegen AJ. Irgendwie sowas. Das prüfe ich kurz nach, aber grübel du erstmal. Ja, ja, ich bin am Überlegen. Aber ich glaube, das wird mir nicht einfallen. Das ist... Also als ich es gelesen habe, dachte ich, okay, hätte man drauf kommen können, aber ich wäre tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Gegen wen hätte er das machen können? War Kevin Owens United States Champion damals, oder war er Universal Champion? Nee, Kevin Owens ist erst später Universal Champion geworden. Kevin Owens hat ja bei der Series 2016, meine ich, den Titel dann gegen Goldberg irgendwie... Oder früher 2017 erst den Titel an Goldberg abgegeben. Das passt zeitlich nicht. Aber Owens passt auch nicht, weil Owens war NXT Champion als Cena United States Champion war. Das ist richtig. Aber ich darf jetzt nicht weiter Hilfestellung geben, sonst... Ja, ja, nee, kein Problem. Ich werde eh irgendwie was sagen. Es ist ja nicht so wichtig. Rusev vielleicht, nee, auch nicht. Oder vielleicht war es Rusev? Ich sage Alexander Rusev. Alexander Rusev, damals noch mit seinem Vornamen. Ja, den hat er dann ja auch verloren, wie so viele andere. Ich logge das mal ein. Vielen Dank. Wir werden auflösen am Ende der Show. So, also alle Quizfreunde können jetzt ausatmen und jetzt gehen wir auch endlich in Medias Res. Also, wir haben ja schon angesprochen, es sieht so aus. Und was heißt, es sieht so aus? Es ist eigentlich auch schon umgesetzt und geht seinen Gang, dass Cody Rhodes wohl allen Ernstes jetzt in die Bloodline-Storyline integriert werden soll. Man kann, ich habe es auch schon gesagt, das Ganze aus zwei Perspektiven sehen, eigentlich aus drei. Man kann sagen, das ist gut. Man kann sagen, das ist schlecht. Man kann sagen, es ist eigentlich noch völlig egal. Und wir wollen das am Ende bewerten oder am Ende der Besprechung dieses Segments bewerten. Erstmal kurz zum chronologischen Ablauf der Geschichte. Es war ja letzte Woche angekündigt worden bei Raw, dass Cody Rhodes, genau wie Roman Reigns, bei SmackDown auftreten werden. Das fand ich schon mal interessant, dass Cody jetzt auch sozusagen zwischen den Brands hin und her switcht. Offenbar jetzt auch regelmäßig. Reigns macht es ja sowieso. Also insofern, das ist nicht mehr als eine Randnotiz. Da muss man auch nichts rein interpretieren, glaube ich. Ich habe es trotzdem irgendwie, ich kann gar nicht sagen warum, ich habe es zur Kenntnis genommen und war dann mal gespannt, was bei SmackDown wohl passiert. Und bei SmackDown, ich fasse es mal zusammen, ist im Opening-Segment gar nichts passiert. Wirklich gar nichts Neues. Die Geschichte mit Reigns und Cody wurde ja von Heyman und Cody losgetreten und von Heyman auch entsprechend bereichert. Mit dieser Personal-Geschichte verbunden und davon auch getragen. Kenor war immer, ja, Reigns ist der Sohn, den Dustin nie hatte, aber immer wollte. Cody dazu, oh, das ist schlimm, jetzt wird es persönlich und ich kann gar nicht anders, ich muss den Gürtel bei WrestleMania gewinnen. Es ist kein Wunsch, kein Plan, kein Ziel. Es ist eine Notwendigkeit, damit ich existiere. So, das war kurz zusammengefasst der Promo-Gehalt der beiden Promos von Cody und Paul Heyman. Jetzt hatten wir SmackDown und was haben die beiden da erzählt? Genau das Gleiche. Es war nichts Neues. Es waren teilweise die gleichen Worte, die identischen Worte. Ihr könnt es auch bei uns im SmackDown-Bericht nachlesen, ja. Der Sohn, den Dustin immer wollte. Dann sagte Cody, ja, wenn das wirklich so ist, dann ändert das natürlich alles und deswegen ist es eine Notwendigkeit, dass ich bei Mania gewinne. Also ich hatte das Gefühl, es ist fast die gleiche Promo wie vorher, nur mit einem blauen Hintergrund diesmal, weil wir bei SmackDown waren. Und ich dachte, alte Taube, Chris und ich hatten letzte Woche ja schon so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was sagt es denn über die Main-Storyline aus, wenn du bei Raw in der vorletzten Woche, Entschuldigung, letzte Woche, wenn du bei Raw in der letzten Woche alles auf die Bloodline-Storyline fokussierst und Reigns und Cody nicht mal irgendwie zum Programmpunkt, zu einem Programmschwerpunkt machst. Da dachte ich, oh mein Gott, dann muss doch bei SmackDown jetzt ein richtiger Knalleffekt kommen. Aber der Knaller wurde nicht gezündet, es wurde Standard, Hausmannskost gebracht. Ganz im Gegenteil hat für mich Sami Zayn wieder mal ein großartiges Segment gemacht. Ich weiß nicht, ob WWE weiß, was die da machen. Aber dieses Segment, wo Sami Zayn im Eingangsbereich der Arena mit seinem Kapuzenpulli durch die Gegend läuft und mit einem Handy so eine Selfie-Videoaufnahme dreht und da quasi durchs Publikum läuft, das Publikum erkennt ihn natürlich, das Publikum steigt voll drauf ein, Sami Zayn als The People's Champion, vollkommen authentisch und roh gedreht, also das hätte jeder Depp auch so drehen können, mehr Realität in Anführungszeichen oder zumindest inszenierte Realität, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden darf, geht eigentlich nicht. Sami Zayn hat das sich entweder selbst ausgedacht oder WWE hat da irgendwie der Main-Storyline wieder mal einen Bärendienst erwiesen, weil alles auf Sami sich fokussierte. Und ich fand das Segment überragend, was Sami Zayn da gebracht hat. Und Punchline, Bloodline will go down und das Übliche, was Sami eben so macht, aber wieder mit einer kleinen Nuance, die deutlich authentischer rüberkommt als alles, was Cody da im Moment abliefert. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen parteiisch, tut mir auch leid, aber ich akzeptiere auch, wenn man das anders sieht, aber so kam es bei mir eben an. Ja, und im Main-Event war es dann auch wieder die Bloodline, diesmal Solo Sikoa mit einem Duell gegen Sami Zayn. War dann nach acht Minuten vorbei, wichtig allerdings, vorher sagte Reigns, also Jey Uso muss sich jetzt entscheiden, wir geben ihm ein Ultimatum, er muss sich bis Raw entscheiden, ansonsten wird Jimmy das ausbaden müssen. Also wurde schon mal wieder der Zügel oder die Zügel wurden ein bisschen angezogen und dann kam der Main-Event, wo Jimmy zugunsten von Solo eingegriffen hat, als Sami gerade den Helluva-Kick setzen wollte. Also Zayn hatte das Ding gegen Ende dann unter Kontrolle, aber durch Eingriff dann verloren. Den Beatdown konnte Zayn dann abwenden und sich mit einem Stuhl zurückkämpfen und dann erfolgreich fliehen. Also nach Smackdown saß ich da, hab quasi mit fragendem Blick ins Nichts geschaut und hab mich wirklich, hab mir die Frage gestellt, das ist es also, das hat man jetzt bei Smackdown gemacht, um das Ruder rumzureißen. Man erzählt die Bloodline-Geschichte jetzt im Fokus Sami Zayn, Kevin Owens, ja oder nein, gegen die Usos weiter. Jey soll sich entscheiden, Reigns is not amused und ansonsten machen Cody und Reigns das übliche Daddys-Wundersohn, den er nie hatte. Das Ding quasi dreimal das gleiche, wie wir es schon zweimal vorher hatten. Ja, das war mein leicht irritierter Blick. So, und dann ging es ja zu Raw. Und da übernimmt Chris am besten mal die Ereignisse. Da hat sich dann ja das Ganze doch etwas weiter kristallisiert. Bitte. Sehr gerne. Also Raw wurde gleich mit der Bloodline-Storyline gestartet. Und das erste Match war ein Aufeinandertreffen zwischen Owens und Solo Sikor. Und hier gab es eine Disqualifikation. Jimmy Uso hat eingegriffen und auf Kevin Owens eingeprügelt. Und es hat sich dann eine 2-gegen-1-Situation ergeben. Die Fans haben nach Sami geschrien, haben Sami Zayn gefordert. Und dies haben sie auch bekommen. Er hat sich mit einem Stuhl bewappnet und Kevin Owens dann gerettet. Hat den Safe gemacht. Den Handschlag hat KO aber dann abgewehrt. Im Backstage-Segment hat Sami dann Kevin Owens wieder konfrontiert. Hat gesagt, du pass auf, ich weiß, dass die Vergangenheit sich nicht zurück... Ich kann das alles nicht mehr rückgängig machen. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist das Ende der Bloodline. Und Owens hat gesagt, du pass auf, ich lasse mich lieber mehrmals verprügeln und kämpfe allein, als mit dir zusammen dieses Ziel anzugehen. Und Sami hat ihn daraufhin in Ruhe gelassen. Es hat sich dann alles auf den Made Event quasi fokussiert. Es wurde ein Ziel von Roman Reigns an Paul Heyman übergeben. Und dieser hat es Jimmy Uso übergeben. Die hat gesagt, du pass auf, wir haben das Sami-Zayn-Problem. Dieses muss heute gelöst werden, denn der Schuldige, der Leidtragende ist nicht Solo, ist auch nicht Jay, sondern der Leidtragende wird Jimmy Uso sein. Und mit dieser Aufgabe, quasi das Sami-Zayn-Problem zu lösen, gab es dann den Main Event und diesen hat Sami gewinnen können. Und nach circa zehn Minuten ist Jey Uso aufgetaucht, wieder durch die Zuseher, hat seinen Bruder angefeuert. Oder so schien es zumindest. Es kann noch sein, dass er Sami angefeuert hat. Und danach hat er dann diesen inneren Zwiespalt gehabt, hat erstmal seinen Bruder angesehen, tief in die Augen geblickt und hat sich den dann abgewendet, ist zu Sami gegangen, hat ihn umarmt. Und dann gab es diese Bloodline-Pose zwischen Sami und Jay und die Fans sind natürlich komplett ausgerastet. Und ja, dann haben sie ihn beide so angeblickt, haben gesagt, du pass auf Jimmy, es ist noch nicht zu spät, du kannst dich uns anschließen. Und dann haben wir nur noch Solo und Roman Reigns quasi gegenüberstehen. Aber es war alles ein Trick und es gab den Superkick gegen Sami. Ein ziemlich starker Superkick hat perfekt gesessen. Sami hat das auch sehr gut genommen. Jay ist sehr emotional, schreit ihn an. Und dann gab es den Beatdown und natürlich den Save von Cody Rhodes. Nicht von Kevin Owens. Nicht von Kevin Owens. Ein kleiner Nachtrag für mich, das habe ich nicht mitbekommen live bei Raw. Während eines Segments mit Rick Bux und Elias hat man im Hintergrund gesehen, wie Cody Rhodes mit Kevin Owens gesprochen hat. Um was es dabei genau ging, wissen wir nicht. Wahrscheinlich wollte er ihn überzeugen, Sami nicht im Stich zu lassen. Aber der Goldjunge, der amtierende mit dem Namen Cody Rhodes hat, das hat Sami Zayn gerettet. Und damit sind wir quasi jetzt angekommen. Bei unserer Diskussion und ich möchte vorweg eins nehmen. Und das hier war für mich wieder richtig, richtig stark von allen Protagonisten. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den Turn aber erwartet von Jay, weil einfach nichts mehr anderes Sinn macht, nachdem man einfach auf WrestleMania schon zugeht. Irgendwo wäre der Twist ganz cool gewesen, wenn man sagt, okay, Sami und Jay werden vielleicht antreten. Aber da die Titel ja bei Jimmy und Jay sind, war da vielleicht zu viel verlangt. Auf jeden Fall. Und das ist für mich jetzt meine persönliche Meinung. Das hat auch nichts mit dir zu tun. Aber der Save von Cody, der hat mir nicht geschmeckt. Das war sehr anbiedernd und irgendwo auch unnötig. Aber ja, darüber werden wir ja jetzt wohl reden. Aber alles in allem war das ja eigentlich eine tolle Konsequenz der Bloodline-Story, die hier stattgefunden hat. Und der MVP für mich noch immer Sami Zayn, auf jeden Fall. Mist, jetzt hat der gute Chris leider schon in einem kleinen Nebensatz nicht nur angedeutet, sondern sehr konkret ausgeführt, wie er A, das Segment und B, den Eingriff von Cody fand. Ist nicht schlimm, denn mein nächster Satz wäre, diplomatisch wie ich bin, ich kann mich ja erstmal zurückhalten, wäre gewesen, ja, wie fandest du's denn? Die Frage hast du jetzt beantwortet. Deswegen nehme ich den Ball erstmal wieder auf und muss dann selbst was sagen. Und ich wollte es eigentlich vermeiden, weil die Hörerschaft weiß ja nun mal, wie ich über Cody denke. Aber ich will mal zuerst Devil's Advocate spielen. Und zu dieser Involvierung Cody Rhodes in die Bloodline-Storyline positiv ausführen, das ergibt schon Sinn, dass man das macht. Es ist verständlich, es ist eine Storyline, die seit Monaten zu ungeahnten Höhenflügen aufgestiegen ist. Und es ist irgendwo verständlich, dass man den Main-Eventer für Wrestlemania in diese Main-Storyline integriert. Aber indem ich das sage, wird schon bewusst, dass an dem Satz einfach was falsch ist. Denn du darfst den Main-Eventer von Wrestlemania, Cody Rhodes, der den Rumble gewonnen hat, den darfst du nicht in eine Main-Storyline integrieren, die eigentlich jetzt ins zweite Glied rücken muss und auch rücken soll, nämlich um die Tag-Team-Champions mit Sammy und Kevin gegen die Usos. Und ich finde es, deswegen habe ich vorhin auch das Segment bei SmackDown vergangenen Freitag so in den Vordergrund gestellt, weil es für mich ein Offenbarungseid war. Die Promo von Cody und Reigns, ich bin fast eingeschlafen, weil es a. immer das Gleiche war und b. auch nicht gut delivered, also rübergebracht wurde. Das ist ganz bezeichnend. Guckt euch das mal an auf der Startseite, die Videos, die wir dazu haben. Da sagt Cody am Ende der Promo, ja, es ist eine Notwendigkeit, dass ich dich bei Wrestlemania gewinne. Und Reigns guckt so weg. Es soll so aussehen, dass er jetzt irgendwie ins Grübeln kommt, aber es wirkt nur, Gott, was für eine scheiß Promo muss ich hier halten. Das wirkt so resignierend traurig. Guckt es euch mal an. Und dann fadet auch die Kamera aus, vielleicht besser so. Also das finde ich eben schlimm, dass jetzt unabhängig davon, wer der Main-Eventer ist. Nun ist es leider Cody. Deswegen könnten jetzt böse Zungen sagen, ja, Cody, da ist man ja eh nicht parteiisch. Aber es ist vollkommen egal, ob es Cody ist oder ob es irgendein anderer wäre, ob es Rawlins wäre oder Kevin Owens oder Brock Lesnar. Der Main-Eventer für Wrestlemania, der gegen den Titelträger antritt, der muss sich selbst tragen können. Der darf nicht Schützenhilfe von einer Storyline bekommen, die quasi jetzt langsam ins zweite Glied gerückt ist oder in ihren letzten Zügen zu sein scheint oder die Storyline-mäßig eigentlich sein sollte. Sie ist es aber nicht. WWE hat es versucht und ist gescheitert. WWE hat es versucht, die Storyline mit Cody und Reigns auf die persönliche Ebene mit Dusty Rhodes zu bringen. Und vor wenigen Tagen hat Cody Rhodes ein Interview gegeben. Ich habe es eben nochmal mir angeguckt, wo ich mich wieder gefragt habe, in was für einer Welt er wohl leben mag. Er hat nämlich gesagt, ja, also die Storyline mit Roman Reigns und die ständigen Bezüge zu meinem Vater, das ist eine wirkliche Geschichte, glaube ich ihm auch. Ja, also ich bin mir sicher, dass Dusty Rhodes bei NXT im Nachwuchsbereich intensiv mit Reigns gearbeitet hat. Ich bin mir auch sicher, dass er viel in Reigns gesehen hat. Also diese realen Bezüge, die will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Überhaupt nicht. Das ist auch nicht die schlechteste Art, eine Geschichte zu erzählen. Aber A, funzt sie nicht so, wie man es vielleicht sich erhofft hätte. Und B, liegt die Wahrnehmung von Cody nicht auf der Wellenlänge, wie die Realität bei den Fans offensichtlich ist. Und wie auch WWE ganz offenbar die Akzeptanz der Reigns-Cody-Storyline wahrnimmt. Denn sonst hättest du Cody hier nicht in die Bloodline-Storyline integrieren dürfen. Als Cody den Save gemacht hat, dachte ich, oh Gott, Chris hat schon das richtige Wort gesagt, das wirkt anbieternd. Warum? Ich weiß, so darf man eigentlich Wrestling vielleicht nicht betrachten. Ich mach's aber immer wieder mal, leider. Warum sollte Cody Sami Zayn hier helfen? Ich hab im Board gesehen, da wurde mir gesagt, ja, einer muss doch Sami Zayn helfen. Da hab ich mich gefragt, warum? Guckt euch doch mal die Geschichte von Sami Zayn an. Der Typ war über Monate ein Verschwörungstheoretiker und ein Lutscher. Der hat sich bei der Bloodline angebiedert, der wollte da rein. Er war überhaupt nicht als Face vorgesehen. Er war als ein nerviger, nülliger Lutscher-Heel vorgesehen, der irgendwie versucht, mit den coolen Jungs zu spielen. Leider Gottes hat Sami Zayn das dann so gemacht, dass er overgekommen ist. Hat WWE nicht vorgehabt. Davor hat er verschwörungstheoretische Maßnahmen gebracht, wurde von den Fans ausgebucht, hat andere Worker in die Pfanne gehauen oder ist zumindest versucht. Keiner, wirklich keiner im Roster, wenn man da jetzt mal ein bisschen die Storyline-Geschichte ernst nimmt, hätte einen Grund, Sami Zayn zu helfen. Warum sollte Cody Rhodes Sami Zayn helfen? Doch nur, weil er auch ein Lutscher zu sein scheint und jetzt auch in die Main-Storyline irgendwie reinkommt, weil, oh, Sami wird jetzt bejubelt, dann helfe ich ihm jetzt mal schnell. Also ich finde das vorne bis hinten blöd. Das ist nicht stringent, es wirkt vollkommen verzweifelt, Sami Zayn, Cody Rhodes da jetzt reinzubucken. Auch, dass jetzt Cody Rhodes, wie Christian schon sagte, dieses Gespräch, das er mit Kevin Owens Backstage geführt hat, der große Zusammenführer, der jetzt, keine Ahnung, Streitereien schlichtet und Narben heilt und die Long-Lost-Friends wieder zusammenführt. Indem ich das ausführe, wird mir gerade schlecht. Also das kann doch keiner glauben, dass das verfängt. Wenn das so weitergeht, am besten wird Cody noch der sein, der Sami Zayn und Kevin Owens zusammenführt und beide den Handshake ermöglicht und sagt, go deep, listen to your heart and you'll find the light und bla. Bitte nicht. Ich sag's dir hiermit voraus, diese Scheiße wird passieren. Und wenn Cody dann nicht bei WrestleMania aus der Halle geboot wird, dann, ja, dann hat WWE alles richtig gemacht. Aber, sorry, das schreit nach einem Turn, was da gerade passiert. Das dürfen die Fans eigentlich, eigentlich nicht kaufen. Und Stichwort, wir gehen da auch noch drauf ein, Vince McMahon ist wieder da. Er war Backstage bei Raw zugegen, angeblich, weil er John Cena als Old Friend mal wieder sehen wollte. Nette Publicity auch, Vince. Ich lass mich mal mit John Cena sehen, um mein Image wieder ein bisschen gerade zu rücken. Keine Ahnung, warum John Cena das mitmacht. Dankbarkeit oder vertragliche Klauseln sind wohl auch wichtig. Aber, ähm, das ist für mich Vince McMahon Booking pur. Was, wir haben's ja schon gesagt, man hat es sowieso schon mehrere Male, wie ich finde, wahrnehmen können. Äh, ich hoffe inständig, dass das ein Rohrkrepierer wird und dass das nach hinten losgeht. Ich weiß, viele finden das so schlecht nicht. Viele finden's auch gut. Äh, und ich weiß, dass man das auch nachvollziehbarerweise so booken kann. Aber ich finde es vom Ansatz verfehlt, ich finde die Umsetzung fürchterlich und ich finde das ganze Konzept von vorne bis hinten fehlerbehaftet. Sorry, ich hab mir jetzt ein bisschen wieder in Rage geredet. Ähm, Chris hat ja leider Gottes schon zuerst was gesagt, sonst hätte ich ihm den ersten Schub gegeben. Dann musst du jetzt eben die zweite Welle bekommen. Jetzt kannst du eine Replik bringen und sagen, dass ich vieles falsch sehe und warum. Überzeuge mich. Oh, das ist eine schwierige Aufgabe, aber mir fehlt auch ein bisschen die Logik hinter diesen Booking-Entscheidungen, weil konsequent wäre, und das hast du vollkommen richtig gesagt, es wäre nur ein Mann möglich gewesen, der Sami Zayn bei diesem Beatdown hilft und das ist tatsächlich Kevin Owens. Und ich finde, man hat das ja bis dahin ja auch ganz gut gemacht. Ähm, die beiden kommen hin und wieder aneinander, Royal Rumble, ähm, Elimination Chamber. Sorry, wenn ich kurz reingehe. Bitte. Die Story mit Owens und Zayn wird großartig erzählt, finde ich. Finde ich auch. Äh, das machen sie, äh, sie überstürzen es nicht und langsam finden sie so zueinander, ähm. Und es ist auch noch logisch. Und es ist logisch. Und man hat bei Raw ja auch alle Schritte in die Wege geleitet, quasi Sami hilft ihm, Owens ist noch immer voller Adrenalin und will eigentlich nicht und dann gibt es Backstage dieses Gespräch und weißt du was, meinetwegen hat man das auch gebracht mit Cody, der mit Owens spricht und ihn quasi überzeugt, du pass auf, hilf Sami, mach das zusammen und fertig, ich halte mich raus. Und dann kommt eben Owens raus und macht den Save und wir haben das, äh, Unified Tag Team Championship Match. Ähm, so sehe ich es und, äh, da können jetzt alle ihr Shot nehmen, genauso wie du. Ähm, ich, ich finde es schade, dass man an zwei Dingen festhält. Ähm, an die erste Sache, ich bin nie wirklich ein Freund von Involvierung, ähm, von, ich nenne sie nicht Tragödien. Ähm, der Tod ist halt eine, eine Perspektive des Lebens, aber das hat man ja schon bei Charlotte und Ric Flair gemacht, äh, mit ihrem Bruder. Das war für mich auch ein Schuss in den Hof und hat damals nicht funktioniert. Ich erinnere mich nicht, in welcher, in welcher Rahmen, von welcher Story das war, aber da haben beide auch angefangen dann zu weinen im Ring. Und man merkt es auch Cody, dass er immer mit sich kämpft und dass man versucht, diese Tränen hervorzuholen im Wrestling. Ähm, ich kann es nachvollziehen, aber es ist mittlerweile unnötig. Unnötig. Wir haben das bekommen, diesen Aspekt, dieser Story. Ich kapiere es. Dusty war ein super Trainer. Und ich glaube, wir kapieren auch mittlerweile alle, dass Cody Rhodes der Sohn von Dusty Rhodes ist. Okay, ich kapiere es. Die zweite Sache, und die hast du ja eigentlich jetzt schön zusammengefasst, deswegen werde ich da auch nicht viel heraus, äh, es ausschlachten. Die eine Story ist, Sammy und Kevin Owens wollen die Bloodline zerstören, ja. Dass die Tag-Team-Titel dabei vielleicht gewinnen, das ist ein Zusatz. Das gehört wahrscheinlich dazu, aber die beiden haben eine Agenda. Sie kämpfen ja jahrelang schon dagegen, beziehungsweise Sammy ist jetzt dazugekommen, nachdem er ja von seiner eigenen, in Anführungszeichen, Familie herausgeworfen wurde. Kevin Owens ist ja gefühlt zwei Jahre dabei. Das heißt, beide haben ein Ziel. Cody hat den Rumble gewonnen. Hatte davor nichts mit Roman zu tun. Hatte davor nichts zu tun. Cody hat schon gesagt, bei seiner Rückkehr zur WWE, ich will die WWE Championship. In keinem Aspekt dieser Story steht, dass er die Bloodline zerstören will. Das heißt, diese Involvierung ist unnötig, ja. Das dritte ist, man... Das dritte, ja. Genau, und das dritte, es ist natürlich dieser Weg von WWE. Und das Stichwort Vince McMahon trifft es ja auch sehr gut. Und man möchte den Sammy Zane-Effekt ein bisschen auf Cody herabprallen lassen, indem man jetzt den Save macht für den Face. Und dann sind die Fans, oh, der kümmert sich um unseren Liebling. Also ist er auch gut. Das Gleiche hat man ja schon mal gemacht, als Sammy vor dem Elimination Chamber Pay-Per-View bei Raw aufgetaucht ist und gesagt hat, okay, Cody, ich muss es von dir hören, dass ich es schaffen kann. Und Cody hat ihm dann diesen Pep-Talk gegeben. Für mich nichts, was ich gut finde. Aber was man... Was ich persönlich im Moment merke oder eben nicht merke, ist, dass die Fans sich dagegen aufstemmen großartig. Es ist grundsätzlich ein Pop dabei bei Cody und die Fans haben auch diese Involvierung jetzt aufgenommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns noch immer bei den 0815 WWE-Fans befinden und die WrestleMania zu sehr können tatsächlich ein anderes Bild haben. Ich bin mir nicht sicher, was da passieren wird. Dafür ist es nicht so wie damals Daniel Bryan oder eben Roman Reigns. Das hat noch nicht diese Aspekte. Ich habe daran geglaubt. Ich glaube immer weniger daran. Aber um beim eigentlichen Thema zu sein, die Logik fehlt mir und es zerstört ein bisschen die Story der Bloodline, weil Codys Agenda hier macht absolut gar keinen Sinn. Und das hat nichts mit Cody selbst zu tun. Es ist für mich einfach nicht konsequent. Man hat alles aufgebaut für Owens und Zayn. Das passt. Das macht man gut. Beide in ihrer Rolle auch perfekt und den Payoff bei Mania. Auf den freue ich mich. Das haben sie geschafft. Ich freue mich drauf. Das andere eben ist mir einfach diese Ausschlachtung von das, die ich bin kein Fan, aber auf der anderen Seite dieses verzwickte Bild. Und da komme ich dann zum Ende, wo ich einfach auch die WWE-Mütze vielleicht aufsetze, die Hunter oder wer auch immer dort hat. Oh, die macht für sie wohl Sinn. Und das habe ich in den Wochen schon gesagt. Die Involvierung wird wohl irgendwo Sinn machen. Und dass er den Titel gewinnt, macht irgendwo Sinn. Er ist der Posterboy. Es ist nicht mein Cup of Tea, aber wer fragt mich? Ich leite nicht eine milliardenschwere Company. Und am Ende werden wir das Endergebnis bekommen bei Mania. Was für ein Match wir bekommen. Wie die Crowd reagieren wird. Und wie es danach weitergeht. Das ist ja eigentlich meine größere Sorge. Cody als WWE-Champion. Das steht uns ja bevor. Boah, ich sage dir, der erste Moment, der erste Typ, der erste Herausforderer, der irgendwas mit Dusty Road sagt, dann melde ich mich für die nächsten 20 Wochen von Raw-Bericht ab, weil das will ich nicht mehr. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich akzeptiere das, weil ich es irgendwo verstehe. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze ziemlich faul. Und ich wiederhole mich, aber ich muss zurückkommen auf Elimination Chamber. Ich bin immer noch der Meinung, dass man hier etwas anderes hätte wählen müssen, um einen dieser Momente zu kreieren, den es meiner Meinung nach einfach lange nicht gab. Für dieses schöne Intro, das die WWE hatte. Denn now forever. Ich sage noch immer, dass der falsche Champion zu Mania geht und für mich auch noch immer der falsche Herausforderer. Aber auf der anderen Seite, es macht wohl für WWE Sinn. Ich würde ein, zwei Sachen aufnehmen wollen, die du gesagt hast. Zum einen, das würde ich aber als zweites ansprechen, nur als erstes sagen, damit ich es nicht vergessen, die Aussage, dass der falsche Herausforderer zu Mania fährt, nämlich Cody Rhodes. Das andere, was du gesagt hast, du bist genau wie ich nicht so glücklich mit der Tatsache, dass Cody Rhodes jetzt in die Storyline integriert wird und auch über die Art und Weise erst recht nicht, wie man es macht, dass er da jetzt den Save macht für Sami Zayn. Du hättest gesagt, du wärst cool damit gewesen, wenn er nur mit Kevin Owens spricht und Kevin Owens so dann dazu bewegt, dass er eingreift. Da gehe ich nicht mit, das sehe ich anders. Mich hätte sogar das schon unglaublich aufgeregt, weil dieses, das geht so in die Richtung Cody Bigger Than Jesus Booking, der Mann, der alle Fäden zusammenführt, der The Man Who Make Hands Meat oder Ends Meat, sorry, solche Geschichten. Ich mag dieses Überfigur-Booking einfach nicht. Das ist Geschmackssache, ist alles persönlich. Das Tolle ist ja, Chris, das ist ja unser Podcast und wir sagen, es ist immer unsere persönliche Meinung. Wir sagen ja nie, dass wir glauben, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Nee, absolut. Gott bewahre und wir akzeptieren alle, die das anders sehen, aber ich finde es persönlich nicht gut und ich halte es auch für kritisch, dass man Cody, dass das ist, auch John Cena, weiß nicht, der so gebuckt wurde, Hulk Hogan wurde so gebuckt, by the way. Und das ist ihm ganz gut bekommen, muss man sagen, aber, ja, jetzt habe ich keine Argumente. Außer, dass man sagen könnte, gut, die Hulk Hogan-Ära ist dann doch schon ein paar Jahre vorbei. Und, ja, also es ist einfach, es wirkt zu aufgezwungen. Es wirkt, also Cody wirkt so ein bisschen so wie Reigns vor fünf Jahren. Also ganz, ganz komisch, dass man sagt, hier nehmt ihn. Nur der einzige Unterschied, die Fans akzeptieren es. Das muss man ihm geben, bisher sind die Fans drin. Das ist auch alles nicht mehr so heiß, wie es nach dem Steel Cage-Match gegen Rawlins war, muss man gestehen. Also dieser Hype, der da war zwischen WrestleMania und Codys Verletzung, der ja sogar immer noch größer geworden ist, bis kurz nach dem Steel Cage-Match gegen Rawlins. Also das ist vorbei, das muss man sagen. Es sind wohlwollende Reaktionen, es sind gute, richtig gute Reaktionen, aber von einem Hype wage ich nicht mehr zu sprechen. Es ist wohlwollend. Es ist für mich immer noch so ein, mal gucken, wie sich's entwickelt, aber bisher sind wir noch wohlgemut als Fans. Aber wir grübeln schon ein bisschen. Und da bin ich mal gespannt, wie's weitergeht. Es ist nicht wahrscheinlich, haben wir auch schon gesagt, dass die Stimmung bis Mania kippt, aber es ist auch nicht unmöglich. Und ich will's auch nicht herbeireden, ich will's auch nicht wegreden. Ich will einfach nur drüber sprechen. Die Sache, die WWE aufpassen muss, und ich muss sagen, da haben sie ja Glück, weil wenn sie das mit jemand anderem machen, glaube ich, wird ihnen das um die Ohren fliegen. Die Sache, wo ich gekotzt habe im Strahl, war, als John Cena nach der Promo Cody Rhodes herausgeholt hat, um seine Hand in die Höhe zu strecken. Sowas dürfen sie nicht machen, Leute. Also, bei aller Cody Rhodes-Liebe und Fans und Posterboy, lasst das bitte, machen wir das bitte nicht mehr. Sie haben Glück, finde ich, weil sowas fliegt eigentlich schnell mal jemanden um die Ohren. Dieses Ahrenbiedernde, ich bin die Vergangenheit John Cena, der Nachfolger ist Cody Rhodes und hier ist euer Mann. Und dann streckst du seine Hand in die Luft und er grinst in die Kamera. Sie haben Glück gehabt, das hätte ich mit so lauten Berufen quittiert wie schon lange nicht mehr. Und du hast Roman Reigns angesprochen. Ich weiß nicht, ob sie sowas mit Roman gemacht haben. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, so ein Segment. Natürlich, Rocky Royal Rumble. Ja, 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 vielen, vielen Dank, sehr gut, vielen, vielen Dank. Das ist ihnen um die Ohren geflogen und hier haben sie Glück gehabt, ja. Weil das war genau das, was man eigentlich nicht machen darf, finde ich. Solche Segmente, so blöd es klingt, das ist immer so die Catchphrase von WWE. Am Ende ist es aber so, die Fans entscheiden, was sie wollen, ja. Ja. Okay, und deswegen, das war wirklich, ich musste den Bildschirm von der Kotze abwischen, als ich das gesehen habe. Das war furchtbar, also da müssen sie aufpassen, ja. Ich akzeptiere das und ich bin gespannt, wie sie das lösen bei Mania. Aber lassen wir dieses, Cody kann wie Jesus auf dem Wasser laufen, weil wir müssen langsam da runterkommen. Okay, der Mann ist okay, er ist ein guter Star für die WWE. Sie werden damit auch wahrscheinlich Geld verdienen. All power to you, aber lassen wir das mit dem, er ist der Größte auf dieser Welt, weil wir haben gesehen, dass das bei Roman eine Katastrophe war am Ende. So muss man es ja zusammenfassen. Ja, auch das riecht nach Vince McMahon so ein bisschen, aber das ist ein bisschen Spekulation in die Kristallkugel hinein. Ja, das zweite, was ich noch sagen wollte in Bezug auf Erwiderungen zu Chris' Ausführung, ist die Geschichte, die Chris sagte, es fährt der falsche Herausforderer zu Wrestlemania. Kommt drauf an, will ich mal sagen, denn es wurde, natürlich ist alles jetzt Spekulation, ja, wir hören da auch jetzt nicht das Gras wachsen oder die Flöhe husten, wir haben keine Insider-Information oder irgendwas, aber man kann diese Art der Inszenierung gerade bei uns im Board, Grüße gehen raus an unseren User The Underground und Günther M., die das beide so interpretieren und wie ich gerade auch und das sogar vor mir auch gesagt haben. Man könnte das als ein klein Fingerzeig sehen, dass man jetzt mit der Storyline switcht bei Cody und Roman, weg von Cody und Roman exklusiv hin zu Cody wird in die Bloodline Storyline integriert, dass Cody vielleicht verliert bei Wrestlemania. Und dann wäre es der richtige Herausforderer, der da hinfährt, weil dann ist es egal. Dann ist es egal, stimmt. Und das wollte ich sowieso aufnehmen, wir haben es in die Überschrift des Podcasts auch gebracht. Alles war oder vieles war in den Monaten zuvor, ich sag mal bis Royal Rumble, ausgerichtet und ausgelegt auf die Hoffnung Reigns gegen Rocky. Das wurde immer kommuniziert, das wurde immer aufgebaut, hat auch keiner nachher wirklich mehr ein Hehl draus gemacht. Hat jetzt nicht geklappt. Wie immer, äh, terminliche Probleme bei Dwayne Johnson. Weiß der Geier, was die Geschichte um Vince McMahon da vielleicht auch mit reinzuspielen hat, wir wissen es natürlich nicht. Rocky hat abgesagt. Aber jetzt wird gemunkelt. Rocky würde vielleicht wieder zusagen. Es ist total geil, Mania ist noch nicht mal über die Bühne und die Gerüchte, ob Dwayne Johnson nicht vielleicht im nächsten Jahr bei der kommenden Mania auftritt, die schießen bereits ins Kraut. Und wenn dem so sein sollte, dass WWE wirklich alles in Richtung Rocky setzt und wenn dem so sein sollte, dass Rocky gesagt hat, ja, ich mach mich für euch frei im April 2024. Und wenn man dann wirklich sagt, dass man in Stanford in der Chefetage bei WWE sagt, okay, dann machen wir das doch groß. Und was könnte besser sein, als diese ewig lange Regentschaft von Reigns, eine vielleicht noch etwas längere Regentschaft von Reigns. Hinzu kommt, dass Cody angeblich, nachdem was man von Vince gehört hat, zunächst auch nicht für irgendwelche Titel vorgesehen war. Diese Story hat einen langen Bart, ist auch uralt, diese News. Hat sich alles wieder geändert. Deswegen war für alle, für mich ja auch und Chris auch, Entschuldigung für Chris und für mich, der Esel letztlich nicht immer zuerst, war ja klar, dass eigentlich Cody gewinnen muss bei Mania. Für mich hat das vielleicht, also das muss man jetzt nicht so sehen, es sind Indizien, mehr nicht. Und sie sind auch sehr schwach, das will ich gar nicht verhehlen. Aber dass man Cody jetzt irgendwie switcht mit der Storyline. Dass jetzt rauskommt, dass Dwayne Johnson nächstes Jahr angeblich hoch im Kurs steht. Klar, Scheißhausparolen, muss nicht viel mehr sein. Sorry, pardon my French. Aber das kann ja nicht mehr als ein Gerücht sein. Aber wenn man das in Gänze sieht und man weiß, wie WWE drauf ist, dann wäre Wrestling Mania in zweieinhalb Wochen eine Übergangsmania. Und dann ist die wahrscheinlich, und so fühlt es sich ehrlich gesagt für mich auch an, muss man sagen. Getragen wird das Ding nicht von Cody gegen Reigns. Getragen wird das Ding von der Bloodline-Storyline. Dann kann Cody verlieren. Und dann ist Cody der richtige Herausforderer gewesen. Dann wird er vielleicht noch ein, zwei Matches bekommen. Und dann, mal gucken, ob man die Bloodline-Storyline nochmal weitere 365 Tage heiß halten kann. Ich bin sehr gespannt. Cody und, Entschuldigung. Sami und Reigns sind vielleicht dann verbrannt. Vielleicht bleiben sie auch heiß. Oder vielleicht kommt noch was ganz anderes dazu. Aber es könnte ja sein, Chris, dass man wirklich auf Rocky geht. Und dann haben wir eine ganz neue Situation. Das ist natürlich sehr interessant. Ich bin mir nicht sicher, wie man das strecken kann. Das ist eine lange Zeit, zwölf Monate. Es fühlt sich ja alles ein klein wenig, oder klein wenig. Es fühlt sich wirklich nach dem Ende an. Man spürt das irgendwie. Es ist tatsächlich wie bei einer Serie, die man schaut. Man spürt, dass danach keine Staffel mehr kommt. Ich werde euch nicht belügen. Wenn es sich hier um einen anderen Herausforderer handeln würde, würde ich sagen, nee, die Regentschaft geht schon lang genug. Machen wir was Neues. Der Herausforderer lässt mich natürlich hier grübeln, ob wir das Ganze noch ein Jahr strecken. Und wir können ja Reigns noch immer mit tollen Herausforderern füttern. Die Sache ist ja die, ich glaube nicht, dass er gegen AJ Styles die in dieser Regentschaft verteidigt hat. Ich glaube nicht, dass er gegen Randy Orton verteidigt hat. Ich weiß nicht, wer da noch. Gunther, du kannst noch immer ein paar Leute zurückholen, ein paar Legenden. Also so ist es ja nicht. Wenn man will, kann man das sicher strecken. Und was Roman bewiesen hat, natürlich, die Herausforderer waren sehr wohlwollend. Und die Matches waren ja eigentlich in dieser Regentschaft sehr, sehr sauber, sehr, sehr stark. Ja, sehr stark. Vier Sterne plus, fast durchweg. Absolut. Ich meine, das würde mich auch interessieren, wenn man das mal nachsehen könnte, was da das schlechteste Match war. Ich glaube, dreieinhalb war das schlechteste. Wahrscheinlich mit Drew McIntyre bei Clash at the Castle. Ja, das hat aber auch über vier gekriegt von den Experten. Da waren wir auf einsamer Flur. Genau, da waren wir die Einzigen. Von daher bin ich absolut dabei. Ich bilde mir auch ein, dass man Backstage wohl auch ein Interesse daran hätte, diese Langzeitrekorde von Bruno San Martino, wie sie alle heißen, vielleicht zu attackieren. No chance. Die Nummer eins ist unmöglich. Das geht ja über sechs Jahre oder sieben. Aber dass man vielleicht in die Top 4 reinkommt, ich kenne mich da nicht ganz aus mit den Zahlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei WWE sich denkt, das ist wohl so ziemlich die beste Chance, die wir bekommen werden in den nächsten, lass mich jetzt übertreiben, 100, 200 Jahren, weil diese Regentschaft ja an sich so viele Nuancen hat. Ich glaube, dass seine Regentschaft natürlich auch weiter getragen wird, dadurch, dass man immer weiter hineingeschleudert ist in eine so großartige Story. Um vielleicht diese Frage, die nie im Raum stand, zu beantworten, würde ich eine einjährige Roman Reigns Regentschaft noch haben wollen. Ich würde einfach jetzt mal 50-50 sagen. Und das liegt tatsächlich am Herausforderer. Mir tut es auch wirklich leid, aber das ist einfach meine Meinung, weil ich einfach weiß, was auf mich zukommt, Leute. Es tut mir auch leid. Ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt. Cody gewinnt die WWE Championship und bei Raw bedankt er sich und sagt, das ist für dich das, die Papa. Und dann wird er unterbrochen von Seth Rollins und er sagt, meh, 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 dein Vater ist tot, ich möchte den Titel. Nee, noch besser, noch besser. Cody wird sagen, Sammy, du kriegst jetzt die reelle Chance, die du gegen Reigns nie hattest, Spießer-Anbiederungsmiss. Oh mein Gott, hör auf. Weil dann schreibe ich den Raw-Bericht sicher nicht. Also dann bin ich raus. Das ist das. WWE kann mich natürlich komplett überraschen und wir bekommen was ganz anderes. Verstehe mich nicht falsch. Ein Roman Reigns-Heal-Turn war auch eine lange Zeit undenkbar. Wenn WWE unter Triple H sagt, okay, versuchen wir mal was ganz anderes und der Swerve ist dann das Cody-Heal-Turn gegen Sammy oder sowas, ja, dann könnt ihr haben, was ihr wollt von mir. Dann bin ich mal offen und empfange das Ganze mit offenen Armen. Aber so ist es zu vorhersehbar. Und deswegen, es ist schon sehr, sehr lang und weitere zwölf Monate Gegner finden und das Ganze, streckst du das mit der Bloodline oder bleibst du einfach quasi als Roman allein, der sagt, okay, wise man, das mit der Bloodline ist jetzt mal hinüber, die sollen mal ihr Ding machen. Ich habe hier noch einen Titel oder zwei, je nachdem. Ich werde jetzt quasi auf Jagd gehen auf die Top-4-Regentschaft und so weiter. Das kann Paul Heyman natürlich auch tragen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dennoch bleibe ich bei 50-50. Es liegt auch sehr viel an Cody, muss ich sagen. Ohne Cody, nein. Mit Cody, weißt du was, Rocky, WrestleMania 40, strecken wir das Ganze. Meine Güte. Ja, also das Problem, was man dabei auch hat, bei der Bloodline-Storyline sind für mich zwei Aspekte. Aspekt eins, das Problem, so hart es klingt, ist Sami Zayn. Sami Zayn ist zu groß geworden für diese Storyline. Und er war ein absolut bereichernder Aspekt, dieser Storyline. Nur dadurch, dass er so groß wurde, musstest du ihn mit zu einem tragenden Faktor machen. Was heißt, musstest du? Er ist es selbst geworden. Und indem du dieses Kapitel ein Stück weit, zumindest auf höchster Ebene abgeschlossen hast, dass er gegen Reigns verliert und jetzt auf die Tag-Team-Gürtel geht, hat diese Bloodline-Geschichte ihren Höhepunkt erreicht, ein Stück weit. Das heißt, ohne Sami Zayn hättest du sie vielleicht anders weitererzählen können. So hat sie sich verselbstständigt. Und du kriegst die Büchse der Pandora, du kriegst es nicht mehr zurück. Es ist einfach, es hat sich verselbstständigt, wie gesagt. Das zweite Problem ist, wie du sagtest, den Gedanken fand ich total gut, als ich nur von dir gehört habe, dass Reigns sagt, so, Bloodline ist jetzt vorbei, Wiseman, wir machen jetzt neue Ziele. Das kannst du aber nicht machen, weil es eben Familie ist. Das heißt, so wie du die Bloodline-Storyline erzählt hast, kannst du nicht einfach sagen, so, nur ist vorbei. Das hat ja die Bloodline-Story auch so groß gemacht, dass man es eben mit diesem familiären Hintergrund erzählt hat. Nur auch da hast du den Point of No Return überschritten. Du kannst es nicht mehr anders erzählen, gewissermaßen. Dann müssten die Usos irgendwie die Liga verlassen oder irgend so ein Mist. Und das wird ja nicht passieren. Deswegen wird es schwierig. Also du kannst es versuchen. Es kann auch klappen. Ich sage nur, es ist verdammt schwer, aufgrund dieser beiden Aspekte da jetzt wieder den Geist in die Flasche zurückzuholen. Schwierig. Aber genau wie du, wenn du mich fragst, was würde ich lieber sehen? Ja, da, sorry, da reagiere ich gar nicht drauf auf die Frage, weil, ja, too easy. Aber verstehe mich nicht falsch, ich bin zu 99,9 Prozent sicher, dass Cody gewinnen wird. Ich auch. Sind wir uns, glaube ich, alle. Also, das war ja auch jetzt ein bisschen mal ins Kraut gegrübelt. Aber ich fand es eigentlich ganz interessant, als ich das gesehen habe. Cody jetzt bei Raw in der Bloodlound-Story, Comeback von Reigns nächstes Jahr. Gut, Reigns gegen Rocky trägt sich immer. Ja, da brauchst du keinen Titel. Ja, eben. Also von daher, aber genau wie dir graut mir vor Codys Regentschaft. Also das, ich schlafe jetzt schon ein. Und wir sind auf der, ja, Endphase der Road. Also da muss es eigentlich überkochen. Und das Einzige, was kocht, ist Sammy Zane. Also, nun denn, damit haben wir unser, sag ich mal, Hauptthema der dieswöchigen Ausgabe hinter uns. Und ich sehe gerade, hat uns ja auch nur fast eine Stunde gekostet. Sehr, sehr schön. Aber überhaupt nicht schlimm. Äh, wir haben ja noch ein bisschen was im Köcher. Und, äh, wie schon gesagt, ich hab ja bei SmackDown, was ja immer in meinen Aufgabenbereich fällt, die wichtigsten Aspekte schon genannt. Der Rest war, sag ich mal, solides Verwalten der Mid- bis Undercard-Storylines, die entweder zu WrestleMania führen oder auch nicht. Ähm, wir schlagen vor, äh, dass wir SmackDown heute ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Seien wir ehrlich, so viel ist es dann auch nicht gewesen, um dann in der nächsten Woche das Ganze aufzuholen und aufzubearbeiten. Denn der Fokus lag diese Woche, wie gesagt, auf Cody und der Bloodline-Story und auf dem, was sonst bei Raw noch passiert ist. Und da würde ich jetzt das Wort an Chris weiterleiten, damit wir das noch diskutieren, was bei Raw sonst noch war. Es war ja doch noch ein bisschen was. Ja, sehr gerne. Es war wirklich eine sehr vollgepackte Ausgabe, so habe ich es auch im ersten Satz genannt. Man hat sich viel vorgenommen, hat sehr viel für Mania aufbereitet. Und ja, das wollen wir einfach mal kurz zusammenfassen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen will, aber Bobby Lashley hat ganz kurz gesagt, Bray Wyatt, ähm, die Spielchen sollen ein Ende haben. Stell dich mir wie ein Mann und wir wissen, worauf es hinausläuft. Es wird Bobby Lashley gegen Bray Wyatt bei Mania. Ich denke, jeder weiß, wie wir dazu stehen. Ähm, ein großer Minuspunkt für die Card, ähm, von meiner persönlichen Sicht. Ähm, ja, Bianca Belair hat Carmella besiegt in einem Non-Title-Match. Und im Nachhinein hat an Asuka den Save gemacht. Das heißt, es ist eigentlich zwei Damen, die sich sehr gut leiden können. Ähm, ein freundschaftliches Duell um den Titel. Auch von uns, glaube ich, angesprochen. Die Alternativen wären wohl besser gewesen. Ich habe jetzt nichts dagegen. Es wird wohl ein gutes Match und Bianca Belair wird zu 99 Prozent verteidigen. Ja, Asuka, Asuka muss turnen eigentlich, ne? Es braucht einen Turn. Und ich kann mir vorstellen, dass man den sogar bei Mania macht, nachdem Asuka verliert. Und dann kann man das weiter strecken zu WrestleMania Backlash und so weiter. Ähm, zu Rhea Ripley, ganz kurzes Wort. Ich glaube, da gab es auch im Board ein paar Gedanken dazu. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bleibe noch immer dabei. Das ist für mich kein gutes Booking. Sie hat nur ein Promo-Video bekommen. Ähm, und war dann Lakai im Match von Fimbalor. Aber das Schlimmste dazu, beziehungsweise, wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. Ja, sie wird immer mehr so ein bisschen, was ja auch gut ist, aber sie ist weniger der Main-Eventer der Mädels, sondern der Babysitter für Dominik. Ja, und das Schlimmste war, und ich meine, ich rede schon vorweg, aber dieses Match zwischen Balor und Johnny Gargan und da ertönt die Musik von Edge und Damien Priest und Rhea Ripley gehen schon zur Entrance-Rampe und jeder weiß, dass Edge bei Balor ist. Jeder sieht es, die Fans schreien auch auf und Rhea Ripley und Damien Priest, wie die dämlichsten Heels, warten noch immer an der Entrance-Rampe. Das ist für mich keine Herausforderin. So darfst du sie nicht booken. Ähm, das ist für mich sehr unglücklich. Ähm, Seth Rollins und Logan Paul. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich nicht interessiert bin daran, wie sie das Match booken und ich bleibe dabei. Ähm, es ist eine Fede, die keine Fede braucht. Es geht um nichts. Und ich habe ja irgendwo auch nicht wirklich Bock auf Logan Paul selbst, aber dieses Match wird wahrscheinlich verdammt gut. Und ich habe tatsächlich große Lust auf dieses Match. Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber Logan Paul hat in seinen wenigen Ansätzen oder wenigen Matches gezeigt, dass er ein guter Athlet ist. Und Seth Rollins, darüber müssen wir nicht sprechen. Der Mann weiß, wie man wrestelt. Und deswegen, äh, man hat es so gelöst, indem einfach Logan Paul gesagt hat, du pass auf Seth, ich bin jünger, besser, hübscher, athletischer. Ich habe mehr erreicht als du. Was ich nicht wirklich verstanden habe, geht es um die Titel oder geht es um die Follower? Auf jeden Fall hat es bei Seth Rollins Wirkung gezeigt. Hat gesagt, ja, ähm, dich kann niemand leiden, weil du ein Betrüger bist und ähm, was auch immer. Also, eh schon wissen. Und, äh, dann hat Miss gesagt, ja, ich bin der Host von WrestleMania. Kein Problem, Leute, ich muss nur mehr hinten Backstage mit Leuten reden und ihr könnt es miteinander antreten. Ähm, hat Seth Rollins für eine fantastische Idee behalten, hat Miss rausgehauen. Dann gab es einen Brawl, den hat Logan Paul dann gewonnen und wir bekommen dieses Match bei Mania. Wie gesagt, es ist mir komplett egal, äh, weil es grundsätzlich auf nichts aufbaut. Logan Paul wird verschwinden, wird dann bei wahrscheinlich Saudi-Arabien wieder da sein. Danach beim SummerSlam, danach Royal Rumble, WrestleMania, eh schon wissen, die Sache ist ganz eindeutig. Aber, freue mich auf das Match, muss ich zugeben. Ich kann dir, glaube ich, auch sagen, warum du dich drauf freust. Bitte, bitte. Ein Wort, äh, WWE Popcorn Wrestling. Oh ja, oh ja. Es wird richtig geiles WWE Popcorn Wrestling. Es wird genau das, was wir so geil finden. Es wird diesen blöden, äh, Reigns WWE Main Event Aufbau nicht haben. Also keine fünf Minuten rumgestehe. Die werden sich von Anfang an, äh, spektakulär mit High-Flying, High-Risk-Moves, äh, da die Show versuchen, gegenseitig zu stehlen. Genau. Und du hast es auch so schön gesagt, von mir aus kannst du sie bis Mania komplett aus den Shows raushalten. Ja, das war's. Ich brauch nicht mehr. Ja, das langt. Es ist vollkommen, es kann nur langweilig werden bei den Weeklys, weil du baust ein Match auf, das kein Aufbau braucht, den auch keiner sehen will. Äh, von mir aus war's das jetzt. Ja. Und, äh, lass sie dann April bei Mania raus und das Popcorn wird dann, äh, warm sein, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist genau das. Vor allem, es wird wahrscheinlich auch so Szenen geben wie Logan Paul und Ricochet. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber es sieht verdammt geil aus. Genau. Und es wird wieder auch spektakulär und hoffentlich verletzt sich keiner. Genau, das ist richtig. Der Target wird sich Rawlins nicht bitten lassen, also. Das Einzige, ich bin gespannt, wer den Sieg bekommt. Wie man das... Ist genauso egal. Es ist egal, ja, aber, ja. Auf jeden Fall, das, äh, denke ich, fasst gut zusammen und, äh, dann ging's weiter. Omos hat Dolph Ziggler besiegt in 50 Sekunden. Man will ganz klar, ähm, eine Bedrohung darstellen. Es ist, es ist das, was man erwarten durfte. Ähm, ich frage mich gerade, auf was ich weniger Lust habe. Omos gegen Lesnar oder Lashley gegen Wyatt? Lashley gegen Wyatt. Deutlich, ja. Deutlich, also Omos gegen Lesnar, das hat so ein, mal gucken, was passiert. Ja, ja. Aber man muss ja, ich, ich möchte ja auch ein bisschen eine Lanze für Omos brechen. Das ist alles in allem für einen Big Guy nicht so schlecht. Das Tag Team mit AJ hat gepasst, die Fede mit Lashley war okay. Dieses Larger-than-Life-Match mit Strowman war auch in Ordnung. Wie gesagt, er hat es sich wahrscheinlich auch irgendwo verdient, meine Güte, aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass es brutale Verschwendung von Brock Lesnar ist. Aber das ist meine Meinung. Ich muss noch eine Lanze für uns nochmal brechen. Okay. Wir haben das aber auch immer gesagt. Wir haben Omos immer dahingehend gelobt, dass er für seine körperliche Herausforderung mit Größe und Muskelmasse und generell körperlicher Masse, dass der das echt nicht schlecht macht. Ändert aber nichts daran, dass die Ansetzung völlig verfehlt ist. Das muss man so sagen. Mach es doch bitte bei Survivor Series oder so. Ja, da gehört es hin. Oder Saudi oder was weiß ich. Ja, aber nicht Mania, Leute. Ich wusste nicht, ob ich darüber sprechen sollte, aber ich fand das irgendwie wieder ganz witzig. Maximum Male Models schauen wirklich begeistert Otis an, denken sich, boah, der ist so schön und der ist so genial. Und wer kommt, dann kommt Baron Corbin und sagt, ja, warum bin ich eigentlich nicht ein Kandidat? Und Mansoor und Masse sind komplett angewiedert und sagen, ja, dein Stil, dein Aussehen, du hast keine Haare. Und irgendwie hat das schon Nuancen vom alten Baron Corbin-Gimmick, wie er geschaut hat. Aber wirklich, das musst du unbedingt weitermachen. Das muss Mansoor. Weil, wann ist Corbin gut? Falsch. Wann ist er schlecht? Immer, wenn er als arroganter Heal versucht, rüberkommen zu müssen. Das klappt einfach nicht. Wann ist Corbin gut? Wenn er als unsicherer, anbiedernder, vollkommen die Welt missverstehender Loser agiert. Das hat ihn damals als Obdachloser obergebracht. Und es wird ihn jetzt bei den Maximum Male Models auch wieder oberbringen. Ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann. Corbin ist nicht schlecht, was seine Mic Work und sein Charisma angeht. Man muss es nur richtig machen. Das mit JBL war der alte, langweilige Corbin. Das hat schon tausendmal nicht funktioniert. Solche Comedy- und Selbsterniedrigungssegmente. Da ist der Junge einfach Gold. Macht das unbedingt weiter. Ich hoffe auch, dass sie das weitermachen. Vor allem sein Blick, als Marseille gesagt hat, dass er hässlich ist. Das ist super. Also ich bin mir nicht sicher, ob es eine Eintagsfliege war. Aber ich hoffe auf mehr. Ich auch. Das passt. Gargano gegen Barrow habe ich schon angesprochen. Gargano gewinnt, weil Edge sich einmischt. Rhea Ripley und Priest sehen wie die absoluten Vollidioten aus. Wirklich, Vince McMahon ist zurück. Ich glaube nicht, dass Triple H das so bookt. Ich glaube es einfach nicht. Das darfst du auch nicht machen. Das ist 80er, 90er Jahre Booking, wo die Heals einfach bescheuert sind und auf solche Dinge reinfallen. Aber nicht 2023, Leute. Von mir aus auch 2023 noch nicht mit dem Contender auf den Women's Gürtel. Rhea Ripley war bei Barrow in der Ecke. Das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Sie darf da nicht an der Ecke sein. Charlotte Flair wirklich überstrahlt sie. Ohne Scheiß. Ich habe das bei Brock Lesnar schon gesagt. Aber Charlotte Flair überstrahlt Rhea Ripley gerade. Und sie macht nicht mal was. Furchtbar. Das ist wirklich nicht gut. Genau, Edge und Barrow vorweg schon. Es gibt ein Segment nächste Woche. Fim Barrow wird zusagen. Die beiden werden ein Match haben. Und ich befürchte, es wird ein Gimmick-Match und es wird sehr, sehr lang gehen. Also auch ein fetter Minuspunkt für die Mania-Card. Aber auch hier, das ist meine Meinung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute auf dieses Match Bock haben. Dann Piper Niven gewinnt gegen Nicky Cross. Random. Brutal random. Rick Books habe ich auch schon gesagt. Im Hintergrund hat man Cody gesehen. Und dann kommt, glaube ich, noch das vorletzte Segment der Show. John Cena ist zurück. Und das, was ich vorwegnehmen muss, John Cena ist in einer Phase angekommen, wo er sehr gefährlich ist für Leute wie Austin Theory. Dieses Segment war natürlich sehr unterhaltend. Ich gebe es zu. Es war unterhaltend. Cena hat in seiner gewohnten Manier geliefert. Und das Einzige, was ich irgendwie blöd fand, er sagt am Anfang, nee, kein Bock. Und dann sagt er, naja, ich frage mal die Fans. Und die Fans sagen ja. Und er so, ja, passt. Das dazwischen war natürlich ein großes Kino. Und Austin Theory sagt, ja, ich werde nicht verschwinden, genauso wie deine Glatze. Und Cena sagt, naja, besser Glatze als eingespielte Fanreaktionen. Das ist halt natürlich brutal, ja. Und Austin Theory, man hat, ich bin mir nicht sicher, was hier Skript war und was nicht. Und das Problem, was ich angesprochen habe, ist, die Gegner von Cena haben das Dilemma, was er selbst auch angesprochen hat. Dilemma Nummer eins, Cena hat kein Skript. Sie haben ein Skript. Austin Theory hatte das Skript und Cena hat ihn beerdigt. Es ist so. Cena geht drauf ein und er ist charismatisch und wortgewandt. Der wird dich komplett zerstören in solchen Dingen. Das ist ein Dilemma eins. Dilemma Nummer zwei, hat Cena in der Promo auch gesagt, dieses Match ist sehr gefährlich für Leute wie dich. Weil der Name John Cena trägt dieses Match. Das muss ich auch selbst zugeben. Das wird kein gutes Match, befürchte ich auch. Aber ich freue mich irgendwie auf dieses Match. Einfach, weil es irgendwie passt. Cena und Theory. Theory ist auch irgendwie so der Cena vor 20 Jahren. Es hat schon die Logik dahinter. Aber Cena hat gesagt, wenn ich wieder weg bin, bist du aber noch immer hier und hast eingespielte Fanreaktionen. Und er hat da viel Richtiges gesagt. Deswegen kann ich die Promo auch schwer greifen. Wie gesagt, ich fand sie sehr unterhaltend. Und das hat irgendwo auch Spaß gemacht, ihn wieder zu sehen. Nur Cena im Ring wird schwierig. Und Austin Theory ist nicht bereit, oder vielleicht wird es auch nie, ein Match zu tragen, wie es ein Daniel Bryan kann. Oder Kevin Owens und wie sie alle heißen. AJ Styles. Deswegen schlittern wir hier wahrscheinlich in ein schwieriges Match hinein, welches von dem Aufbau hier ja ganz nett ist und vielversprechen. Deswegen muss ich hier ganz aufpassen, denn ich weiß nicht, was ich genau von diesem Match will. Austin Theory muss gewinnen, definitiv. Aber um es in Sinas Worten zu sagen, was machst du dann ohne mich? Das danach, habe ich schon gesagt, muss nicht nochmal gesagt werden. Das mit Cody Rhodes darf nie wieder so passieren. Und das war so für mich die Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast. Ja, du hast es sehr schön gesagt. John Cena in der Face-to-Face-Promo kannst du bei WWE eigentlich aktuell nur Paul Heyman, Kevin Owens und Sami Zayn stellen. Vollkommen richtig. Alles andere. Ja, Lesnar, klar. Lesnar, ja. Der zählt sowieso nicht. Aber auch Reigns ohne Heyman wird untergehen, muss man deutlich sagen. Aber alles andere kannst du nicht machen. Und ich sehe es wie du, dass das Match kann nicht gut werden. Kann einfach nicht gut werden, weil Cena alle paar Monate mal kommt. Er hat keinen richtigen Run. Er wird sich fit machen. Aber er kann den Ring-Rost nicht abtrainieren. Das geht eben einfach nicht. Da brauchst du Matches für. Er wird hinter den Kulissen arbeiten. Er wird auch die ein oder anderen Matches kriegen. Also Backstage, also Ausschluss der Öffentlichkeit. Und er wird mit Theory arbeiten. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass die lange, so Undertaker-mäßig, der für seine großen Matches ja auch immer nachher im Vorfeld sehr hart gearbeitet hat mit den jeweiligen Gegnern. Also ich glaube, die werden hart arbeiten und das vorzubereiten. Aber es ist schwierig, weil die Matchpraxis eben fehlt. Und selbst wenn sie da wäre, hat John Cena seinen Zenit eben hinter sich. Also musst du bei John Cena immer über die Promos kommen. Und das ist richtig. Da hat jemand wie Austin Theory Probleme. Und trotzdem, genau wie du, sehe ich genau darin das Interessante an dieser Ansetzung. Ich bin einfach mal gespannt, was macht Theory draus im Ring? Kann er ihn im Ring abkochen? Kann er vielleicht den Spieß umdrehen? Schwierig, am Mic schwer. Im Ring mal sehen. Also kommt ja auch drauf an, was Cena noch gehen kann, was du Cena machen lässt. Ich glaube nicht, dass du ihn viel machen lassen wirst können. Stichwort Hollywood. Das wird schwer. Und deswegen, also ich war auch schon überrascht damals beim Summerslam, das Match gegen Roman Reigns. Das war ja stellenweise ein richtiges Wrestling-Match. Wenn auch nicht, sag ich mal, Main-Event, Fünf-Sterne-Match. Aber es war ein Wrestling-Match. Aber ich weiß nicht, ob das, na doch, es wird hier reichen. John Cena ist auf einem Level, wo es egal ist, was er im Ring abliefert. Und obwohl du Theory und Cena promotechnisch nicht als gleichwertig ansehen kannst, obwohl das Match nicht gut wird, kaum wirklich gut werden kann, bin ich ein Stück weit gespannt. Also einfach nur, um zu gucken, Neugierde ist vielleicht das Wort, das es zusammenfasst. Und nicht die negativste Neugierde. Also es ist wirklich interessierte Neugierde, was da passiert. Und ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer eben diese Neugierde in den Vordergrund zu rücken, was viel ist. Denn das wird Lashley gegen Bray Wyatt natürlich nicht kriegen. Oh ja, stimmt, absolut. Ne, ich stimme dir zu. Also das Interesse daran, wie sie das lösen, ist bei mir auch sehr groß. Und Cena ist Cena. Und das ist irgendwo auch das Problem für Theory. Chad Gable hat gegen Baron Corbin gewonnen. Wie gesagt, alles dazu gesagt. Chad Gable, ein viel zu guter Athlet, damit man ihn vielleicht nicht mehr pusht. Und Baron Corbin muss genau das machen, was er jetzt macht. Ja. Dann gab es noch ein Segment. Und dann sind wir eh schon am Ende. Weil danach gab es die Bloodline, die haben wir schon... Erledigt. Und es geht um die neuen WWE Women's Tag Team Champions. Und ich habe letzte Woche gesagt, es stört mich ein bisschen. Auf der anderen Seite stört es mich auch nicht. Mittlerweile stört es mich. Ja, mich auch. Die kommen heraus und, boah, das war unangenehm. Lita sagt, ja, da gab es diese eine Chance noch für mich und eine weitere Regentschaft. Und dann kam Becky und hat mir diese Chance gegeben. Und das musste ich annehmen. Und jetzt haben wir diese Titel gewonnen. Und danke, Becky. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da gab es ja noch jemanden. Meine beste Freundin, Trish Stratus. Und dann kommt die heraus und dann geht es wieder weiter. Honig ums Marschmieren. Und dann kommt Damage Control und Bayley sagt das, was sich eigentlich jeder von uns denkt. Was wollt ihr eigentlich? Ihr arbeitet hier nicht. Ihr seid Hall of Famer und nehmt Leuten das Rampenlicht weg. Und ich so, auweia, das ist vollkommen richtig, Bayley. Ja, lange Story kurz erzählt. Wir bekommen ein Six-Women-Tag-Team-Match. Das habe ich am Anfang irgendwie nicht so rausgehört. Ich dachte, dass Trish ein Match gegen Bayley möchte. Aber jetzt bekommen wir ein Six-Women-Tag-Team-Match. Im Moment geht es um die Goldene Ananas. Das kann sich noch ändern. Aber ja, es ärgert mich. Also Damage Control, das ist jetzt das zweite Mal, dass sie verarscht werden nach Bianca Belair und Extreme Rules. Und jetzt kommen die. Also man muss es natürlich mit einem Sieg bei Mania versuchen zu kaschieren. Und dann sollen die Titel zurück zu Dakota und Io. Aber wie oft du jemanden von der Klippe stürzen kannst, ohne dass dieser jemand stirbt, das weiß ich nicht, Leute. Und das Match an sich, da sind natürlich viele technisch starke Damen drin. Bayley, Yo Sky, Becky Lynch nehme ich mal jetzt voran. Und du hast natürlich große Namen. Das sind alles große Namen. Und das ist auch WrestleMania-würdig, sage ich mal. Aber es ist auch irgendwo höchst unglücklich und sehr, sehr schade. Ich bin halt Fan von Damage Control. Wie gesagt, die Mimik und die Gestik, vor allem bei Dakota, ist für mich wirklich Ast rein, erste Sahne. Aber ich finde, man hat hier, glaube ich, den falschen Weg genommen. Ich hätte es anders gebuckt, ohne dass man jetzt diese Namen nicht zu Mania bekommt. Aber gut, sie haben es so gemacht. Wir werden es hinter uns bringen. Trish und Lita werden nach Mania wieder verschwinden. Und wie es mit Damage Control weitergeht, schwer zu sagen. Aber der Schaden ist auf jeden Fall angerichtet. Ja, ich habe da auch gar nicht mehr viel zu ergänzen. Also Damage Control wirken so ein bisschen wie die Lückenfüller, die du jetzt bringst, damit du zwei Legenden zurückbringen kannst. Und denen gibst du auch gleich noch den Titel. Warum auch immer, weil du dir einen Feelgood-Moment erhoffst. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, jetzt blöd, es tut mir leid, dass ich dich weggrätsche, wie Vince McMahon mich. Aber der Pop für Trish und Lita war schon etwas schwach, oder? Ja, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das richtig finde, was da passiert. Ja, nee, nee. Ich habe mir nur überlegt, wie man bei WWE wohl denkt. Und natürlich ist das nicht die Reaktion, die sich bei WWE in der Chefetage man sich wohl erwartet hat, glaube ich. Aber ich frage mich dann auch, warum oder mit welcher Begründung oder mit welchen Gründen erwartet man jetzt die Mega-Jubelstürme für Lita und Trish Stratus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Becky hängt auch ein Stück weit in der Luft gerade. Und du hast mal gesagt, du kriegst Becky nicht kaputt, das glaube ich auch. Aber du kriegst Becky langweilig. Becky ist großartig, aber Becky, genau wie ihr Mann. Sie hat, finde ich, mehr, sag ich mal, charismatische Substanz als Rawlins. Der ist mir ein bisschen zu eindimensional in bestimmten Sachen. Aber Becky ist auch kein Sami Zayn in Anführungszeichen, die du einfach gar nicht kaputt kriegst. Du kriegst, nochmal, war falsch gesagt, Becky kriegst du nicht kaputt. Du wirst sie nie kaputt kriegen. Aber du kannst sie kalt kriegen. Gut, Sami Zayn kannst du auch kalt kriegen, muss man ja sagen, der war jahrelang kalt. Also insofern, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll, für mich hat Sami Zayn und auch Kevin Owens in Sachen Charisma, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich würde sie einen Tick vor Becky Lynch ansetzen. Weil Becky Lynch, muss man auch sagen, vor dem The Man Gimmick dümpelte sie jahrelang in der Women's Midcard rum. Und das war auch dann so ein Ding, das den Funken ausgelöst hat. Und sie hat es dann ja geschafft, da waren wir ja auch ganz begeistert, dass sie sich nochmal neu erfunden hat, nach dem The Man Gimmick, wo wir ja ganz Feuer und Flamme waren. Davon ist im Moment nichts geblieben. Also im Moment ist sie Standard-WWE-Babyface. Da passiert auch nicht mehr viel. Und deswegen kann es sein, dass die Fans deswegen auch so ein bisschen zurückhaltend sind, weil das einfach Hausmannskost ist, was da passiert. Da kommen zwei Legenden zurück. Du gibst Becky und Lita den Titel, was du erzählen kannst, weil Vorbildfunktionen, die Lita für Becky hat und so weiter. Aber das ist so ein Gag für eine Raw-After-Mania-Ausgabe oder so was. Da kannst du sowas, oder für ein B-Paper-View oder so, da kannst du sowas machen. Aber es ist einfach nicht groß genug für Mania. Und dafür hast du Damage-Control im Vorfeld auch zu sehr runtergewirtschaftet. Deswegen wirkt alles an dieser Paarung durchschnittlich. Und deswegen wundern mich auch die verhältnismäßig verhaltenen Reaktionen für Stratus und Lita auch nicht. Also alles an dieser Ansetzung ist für mich nicht WrestleMania. Ja, verstehe ich. Weil das, was auch ungünstig war, Damage-Control haben lange den Titel nicht verteidigt. Was passiert? Es kommt eine Teilzeit-Wrestlerin und nimmt ihnen die Titel weg. Alles sehr höchst unglücklich, aber nicht neu für WWE. Genau. Aber ja, das war so mit Bloodline. Danach haben wir schon durchgenommen. Aber das war die Raw-Ausgabe, die an sich ja gar nicht so schlecht war. Bleibt nur die Frage, wer hat sich darum gekümmert? Ja, das wissen wir nicht genau. Nee, aber es ist schon ein bisschen Vince drin. Ja, definitiv. Das wurde von vielen Leuten im Vorfeld schon seit ein, zwei, drei Wochen so gemunkelt. Ich finde, es nimmt immer mehr Form an. Für mich haben wir auch schon letzte Woche gesagt, war der Turning Point die Ansetzung Omos gegen Lesnar und Wyatt gegen Bobby Lashley. Okay, das hier ist auch Vince McMahon pur, die Mädels-Ansetzung. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sich dieses Corbin und Maximum Male Models ausgedacht hat. Ich traue es vielen zu, aber es ist einfach gut. Vince hat ja schon mal Glück gehabt mit der Obdachlosen-Story. Das war ja auch großartig. Ja, also wir werden das abwarten, was da die nächsten Wochen für Nachrichten kommen. Angeblich war Vince McMahon ja wirklich nur Backstage, weil er John Cena mal wieder sehen wollte. Man munkelt aber, dass aus dem Locker-Room Schreie der Verzweiflung und Panik laut wurden, als diese Nachricht bekannt wurde. Wundern sollte es kein. Wir haben uns da letzte Woche ja schon zu positioniert, was das auch über WWE und Vince McMahon Selbstverständnis aussagt. Wir wollen ja auch nicht den großen Moralapostel immer spielen, aber ein kleines Geschmäckle wird man da, glaube ich, zumindest kurz mal ansprechen dürfen. Haben wir jetzt auch gemacht. Ja, das war es dann von unserem Wochenrückblick. Und wir kommen in die Kategorie User-Ecke. Und auf der Startseite war einiges los. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Kommentare gehabt. Gefühlt ein Drittel kann man auch gleich löschen. Deswegen halte ich mich mal knapp und grüße John08, der die Bloodline-Storyline sehr, sehr positiv sieht, wie ja auch eben viele. Und ins andere Sane und Reigns hervorhebt. Was haben wir noch? Wir grüßen Stefan. Wir grüßen Rasgarius. Der meint, langsam müsste man sich vielleicht doch was Neues überlegen. In Bezug auf die Bloodline-Storyline haben wir heute ja auch angesprochen. Father Gascoigne hat etwas gegen das Federvieh, findet aber unseren Podcast ganz gut. The Great One fragt, ob manche User noch kein Bier trinken dürfen. Hohenbeck merkt an, dass manche sich sehr laut aufregen. Schnubbel-Buh hat wieder mal den Kommentar der Woche rausgehauen, indem er sagt, strahlender Podcast. Allerdings eine dunkle Kommentarwolke in der Luft. Egal, wir strahlen da einfach durch. Punchline hoffentlich gewinnt Roman gegen Rhodes. Kann sich ja keiner angucken, den Typen, sagt unser Schnubbel-Buh. Wir halten uns da natürlich zurück. Besser wie ihr, meint, dass wir saubernde Arbeit abliefern, worüber wir uns sehr freuen. The Dude sei gegrüßt und damit gehe ich auf die zweite Tafel. Wann haben wir schon mal zwei Tafeln? Also, der so umklicken muss auf der Startseite. Super, super. Don't Say My Full Name ist herzlich gegrüßt und denkt auch nur bei allem, was er so wahrnimmt, das schreit doch nach Vince Comeback kann tatsächlich gut sein. Hunter, ich weiß nicht, ob ich ihn schon gegrüßt habe. Es ist bestimmt nicht der aus Stamford. Ist aber auch immer gerne gesehen, genau wie DDP. Der hat eine wichtige Frage an mich. Und zwar fragt er, hast du das Pfandgeld, welches du für die Bierflaschen, die du von den beiden Boosern... Oh Gott. Ja, das lasse ich dann mal so stehen. Ich glaube aber, die Frage muss ich auch nicht beantworten. Ja, Karan sei herzlich gegrüßt. Er sagt, wenn ich bei dem Podcast schon 17 Kommentare, sie wird ihm schon klar, dass da nicht viel Substanz dabei sein kann, kann ich jetzt nichts zu sagen. Maximus sagt, Cody wird Champ, Roman wird verlieren. Ja, das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das so sein wird. Chris sieht die Chance bei 99,9%. Der Odensohn bedankt sich herzlich für den Podcast. Er meint, er trinkt zwar kein Alkohol, aber postet trotzdem dem Podcast zu. Vielleicht ohne Alkohol. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gelesen. Man weiß es nicht genau. So, jetzt wiederholen sich so ein bisschen die User. Und deswegen kann ich auch tatsächlich etwas abkürzen. Eine Sache ganz kurz, weil das Thema Bier in den letzten Tagen so häufig aufkam. Also, warum ich bei uns im Podcast hingeschrieben habe, dass ihr Bier schicken könnt und ich werde dann euch grüßen. Also, ich grüße ja sowieso alle, die hier schreiben. Aber der Hintergrund ist einfach nur der, dass ich ja hier ab und zu durch die Republik mich durch die Biersorten trinke. Und manche sagen, hier, ich trinke das Bier total gerne und sag doch mal da was zu. Ich kriege die teilweise hier nicht bei den Getränkeläden. Und im Internet zu bestellen, ist mir alles zu kompliziert. Deswegen habe ich gesagt, wenn ihr wollt, dass ich euer Lieblingsbier auch mal revieue, dann schickt es mir einfach zu. Dann kommt euer Lieblingsbier hier auch mal vor. Und ich habe dann auch was dazu gesagt. Das ist ein reiner Gag und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Was gibt es denn auf YouTube, Chris? Ja, vielen Dank. Bei YouTube geht es los mit Dante976. Hallo, ihr Podcast-Päpste. Ich wollte einfach mal Danke sagen, nicht nur für eure tollen Nachbesprechungen, sondern vor allem, dass ihr euch immer die Zeit nehmt, auf alle User-Fragen einzugehen. Finde ich einmalig und gebührt ein Riesen-Dankeschön. Und das alles ohne Bestechungen. Liebe Grüße aus der Schweiz. PS, Chris, du bist doch niemals 29. Ich hätte dich durch die Stimme Mitte 40 geschätzt und deinen kongenialen Podcast-Partner auf 25. Ich weiß nicht, ich nehme es als Kompliment. Ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll, aber ich sehe zwar aus wie 25, dachte ich würde reif herüberkommen, offensichtlich sehe ich älter aus und komme dafür unreif rüber. Auch nicht schlecht. Vielen, vielen Dank. André Wilke, wie immer ein sehr guter Podcast von euch beiden. Gibt fast nichts zu meckern. Ich weiß nicht, auf was das fast kommt, aber vielleicht wird er uns das nächste Woche präsentieren. Kevin Brettschneider, freue mich jede Woche aufs Neue auf diesem Podcast. Und langsam finde ich auch Gefallen daran, hier gelegentlich meinen Senf dazuzugeben. Das finde ich sehr, sehr gut. Er geht auf Gunter gegen McIntyre ein, auf die Promo bei SmackDown mit LA Knight. Und das kann man sich hier durchlesen. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr gut, dass wir Leute dazu bewegen, dass sie hier auch ihre Meinung bekannt geben. Immer sehr gerne gesehen. Mr. Simon, danke für den Podcast. Es hätten echt coole Matches auf die Maniacard kommen können. Lesnar gegen Gunter, Intercontinental Championship. Fury gegen Cena, das kommt. Lashley gegen Chad Gable, gegen Montes Ford, US Championship und so weiter. Also er hat da wirklich die komplette Card uns hingeklatscht. Am Ende schreibt er noch, Wyatt und Omos können ja das Merchandise verkaufen. Das ist wirklich alles dabei. Deswegen, die Card kann man sich hier durchlesen. Ist für mich sehr, sehr gut und macht auch sehr viel Sinn. Ja, die Fantasy Card ist cool, finde ich auch. Genau, die finde ich auch sehr schön. Der Aluhut ist vorbestellt. Isle of Irrelevancy, sehr gut. Ich glaube, das kam von dir. Ja, danke. Wenn der Aluhut mich preist, dann weiß ich, ich habe was richtig gemacht. Ich liebe es. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so oft irgendwie den Namen ändern kann. Wirklich großartig. Ich glaube, ich muss mir den Aluhut auch mal basteln. Dann bin ich auch safe endlich. Dann kann mich auch keiner mehr abhören. Und zum Abschluss Rick Razor, der sagt Folgendes. Obligatorisches, das sehe ich genauso wie ihr. Vielen Dank. Ja, ich komme auf das Board. Da wird eine Userfrage gestellt von unserem geschätzten User Mich hier. Er fragt liebenslange Grüße für ein Bier. Und ich schreibe hier immer extra was. Nee, nee. Also die Grüße kriegst du, wenn du was schreibst. Ich habe doch nicht die, die mir was geschrieben haben. Wobei der DJ S-Blade, der uns ja das erste Mal was zugeschickt hat, den haben wir auch lange nicht gehört. Wir hoffen, es geht ihm gut. Grüßen ihn hiermit auch ganz, ganz herzlich. Und natürlich, Rigel hat bei uns im Board ein Video gepostet. Er meint, wir müssen Bier einfach aggressiver bewerben. Könnt ihr euch im Board angucken. Ist durchaus vielleicht mal einen Blick wert. Günter M. hatte wie immer recht viel geschrieben. Ich schaue, ob ich eine Userfrage raussehen kann auf die Schnelle. Kann ich nicht. Deswegen bleibt es bei dem herzlichen Gruß. Dann gucke ich, Rigel hat sich nochmal gemeldet. Nein, er kommentiert nur den Kommentar von Günter. Und Stubborn hat wieder einen sehr ausführlichen Kommentar geschrieben. Bedankt sich für den Podcast. Und meint, es ist ein wenig ironisch, dass wir Hörer, er bezieht sich damit ein, uns mehr Widersprüche zwischen Chris und meiner Person wünschen würden. Gerade deswegen widersprüchlich, weil die meisten doch unsere Meinung teilen. Ja, dann ist es schwierig. Aber vielleicht will man sich ja inspirieren lassen. Und deswegen wünscht man sich Widerspruch. Aber ihr wisst ja, wie es bei WWE ist, wenn man auf Krampf Widersprüche inszenieren will. Das funktioniert nicht immer. Ja, kann man sich gerne angucken, was da noch so geschrieben wird. Ein interessanter Vergleich auch mit Jimmy Uso und Star Trek Deep Space Nine. Nicht schlecht. Also schaut es euch an. Kann man sich angucken. Und J.K.L. hat als Letzter was geschrieben. Er bedankt sich auch für den Podcast und sagt, egal, ob Cody die Titel gewinnt oder nicht, er wird seine komplette Overness verlieren und auf dem gleichen Stand sein wie vor seinem Abgang von AEW. Das habe ich ja auch prognostiziert. Bisher liege ich damit falsch, aber ich bin eher auf Linie unseres J.K.L., der, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, Sean Connery, glaube ich. Ja, Sean Connery als Profilbild hat. Er stellt dort gerade wohl James Bond dar. Ja, damit haben wir auch diese Woche wieder abgehakt. Wir haben alles im Kasten, haben alle Userinnen und User gegrüßt. Ich glaube, es sind wie immer fast nur Kerle. Aber wir hatten, glaube ich, mal ein, zwei Mädels, die auf YouTube mal reingeguckt haben oder gehört haben. Mal gucken, ob es die auch noch gibt. Ach Gott, ist alles so schön. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Und nochmal, wir gehen auf alles ein, auf Lob, auf Tadel, solange es halbwegs sachlich ist. Und damit habe ich alles gesagt und gebe wie immer die letzten Worte nach Wien. Ja, vielen Dank. Die würde ich auch gerne besprechen, aber der Schul ist mir noch eine Antwort. Oh, ja. Das Quiz müssen wir auflösen. Vielen Dank, ja. Das Quiz müssen wir auflösen. Chris lag falsch. Nein. Es war nicht der von ihm genannte. Es war tatsächlich, man hätte drauf kommen können vielleicht, es war Seth Rollins. Seth Rollins. Der war eine Zeit lang ja mal US- und Heavyweight-Champion. Wow. 2015. Okay. Und hat dann gegen John Cena den Titel. Ich habe es aber auch nicht gewusst, muss ich sagen. Ich hätte es auch nicht gewusst. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, Abschlussworte. Wie immer ein großes Dankeschön an euch alle. Also, ich frage mich natürlich auf viele Kommentare. Bei der Startseite hatte ich so ein ungutes Gefühl bei der Zahl 34. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, stellt gerne Fragen. Stellt eure Mania-Card hinein. Oder auch nicht. Wie gesagt, das ist ja alles eure Entscheidung. Auf jeden Fall ist es immer sehr nett, quasi in euch in Austausch zu kommen, weil anders ist es ja immer schwer möglich, außerhalb des Watchalongs. Und das finde ich immer sehr, sehr cool. Ansonsten bleibt es auch noch immer gesund. Ja, langsam, ja, mit gehebigen Schritten geht es Richtung besseren Temperaturen. Ich war heute richtig happy, 16 Grad. Das klingt schon sehr nach Chris-Temperaturen. Und in diesem Sinne freue ich mich schon auf die nächste Woche. Die Road zu WrestleMania geht langsam zu Ende. Bald ist auch schon Preview-Zeit. Also bin ich schon sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Also vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ja, und wo du gerade eben sagtest, das Wetter, wenn es warm wird, das ist die Chris-Zeit. Da habe ich gleich den allerschlechtesten Witz als Rauschmeißer. Danach schaltet die auch wirklich alle wirklich ab. Man kann also sagen, am 24. ist das Chris-Kind-Zeit und im Sommer ist Chris-Kind-Zeit. Ja, hoffentlich haben wir jetzt keinen Hörer wirklich vergrault. Ich würde es jedenfalls verstehen können. Ich wünsche euch auch alles erdenklich Gute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt fröhlich, bleibt uns gewogen. Wir euch sowieso. Bis denn. Tschüss. Ciao.